So, da bin ich wieder. Das lässt es natürlich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Klar, die kann ich jetzt viermal abschließen, oder dreimal. Also noch zweimal. Dann habe ich hier nochmal 4000 Erfahrungspunkte mehr, macht 22 plus die, die ich bekomme. Dann glaube ich, ich kann nicht mehr die Ketten besorgen. Das macht Sinn. Okay. Das macht Sinn. Gut. Heavy. Gehe ich wirklich in die Heavy Lane darunter, oder fahre ich außenrum? Stehen die Chancen schlecht. Heavy Lane. 75 STI. T95 wird hinten stehen. Denke ich mal. Ich werde die andere Seite nehmen. Ja. Ich werde definitiv die andere Seite nehmen. T44, was bist denn du für einer? Okay. Los geht's! Streaming. E54i 1 ist hier dabei. Ja, der verteilt sich recht gut gerade. Ja, ich hänge mich an den T54 ran. Das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, wenn sich hier Teamplay ergeben sollte, dann können wir zwar auf der Seite was reißen. Das ist wirklich drauf. Ich werde das nicht mehr findet. So, ich glaube, wenn es so gleich geht, weil wir das aber nicht mehr nicht mehr in dieıza sind. Ja. Geh nicht gut. Entwirkungs-Treffer! Masseker. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. 6. Und die Seite haben wir eigentlich recht gut im Griff. In der T-54. Das ist mir zu riskant hier. Objekt. Tiefe. M12. M12. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ausgenommen. Was macht mit der T-54 das ruhig? M12. Muss raus. Muss raus. Muss raus. Raus. T-34 hinten. M12. M12 ist weg. T-95. T-95 müsste funktionieren. T-95 müsste funktionieren. M12. M12 liegt hier noch. Der ging nicht durch. Der geht nicht durch. Der geht nicht durch. Wo ist der aus? Die haben uns eine Kette abgeschossen! Wir stecken fest! Tja. Hier noch, auf der Seite. Du bist doch nicht durch, das Thema. Ich traue mich gleich. Ich traue mich gleich. Ich traue mich. Ich traue mich. Ich traue mich. Der Turm steckt fest. Ich traue mich. Es kann aber nicht mehr so schnell gedreht werden. Ich traue mich. Die 75 in der Mitte. Ich traue mich. 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 Was ist das? Oh, okay. Ach, lustig. Er hat es wirklich gemacht. Guter Mann. Ja, die Ketten kriege ich. Die Ketten müsste ich kriegen. Auswertung mal angucken, hallo Mark Fuchs. Gut, dass das geht aber. 3, 2. Okay. Ja. Das ist aber 2, 6, 8. Das ist in Ordnung. Es gibt wirklich schöne Spiele. Es gibt wirklich schöne Spiele. Okay, Spaß machen. Nicht, weil man gewinnt, aber weil nette Leute mitspielen. Das war Hero-like. Das war ein feiner Zug von ihm. Okay, gegen 10er. Ja, gegen 10er. Gut, gut. Objekt. Objekt bot. Yes. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Er ist ja schon tot. Ich bin auf den PTA, schießt er noch nicht. Ein Prala! Was ist das? Okay. Okay. Ach komm. Das ist doch scheiße, so was. Ich bin da eben angerämpelt. Objekt. Fucking object. Null. WT. WT. Was ist das jetzt gewesen? Oh, von hinten. Keiniges besorgt. Keiniges klar. Look hier. Hey, PCR. Ja, 100. Ich gucke wohl nix mit den 2000 dieses Mal. Ich warte hier mal ein bisschen. Ich habe einen großen Bock noch auf Hero zu machen. Vor allem der IMX wurde noch nicht mal gescoutet. Was ist das? Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! Da ist er doch schon wieder! Ich habe noch genug. Drei Schüsse aushal. 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 Wir stecken fest! Fahr los! Donnie! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020